Dobriden und herzlich willkommen hier in der tschechischen Republik. Ich bin Michael Krüger und seit gut vier Jahren Country CEO für die tschechische Republik und die Slowakei. Prag ist eine wunderbare Mischung aus Tradition und Moderne, eine uralte Stadt, die es geschafft hat, in die Zukunft zu kommen. Unheimlich dynamisch und das gesamte Land strebt durch eine wunderbare Kreativität nach vorne und hat Lust, etwas zu tun. Die Commerzbank in der tschechischen Republik verbindet lokale Expertise mit Internationalität. Wir sind im Heimatmarkt der Commerzbank seit mehr als 25 Jahren vertreten. Unsere rund 600 Mitarbeiter kommen aus 21 Nationen und verkörpern unsere Internationalität. Hier werden 19 Sprachen angesprochen. Banking made in Germany. Deutsche Qualität, verbunden mit lokaler Kreativität. Wir sind die Bank, die regional verankert und international vernetzt ist. Wir sind die Hausbank für tschechische Firmenkunden. Die Commerzbank in der tschechischen Republik ist flexibel, proklienska, leistungsorientiert, motiviert, namiru, skusener Banker, kompetent, innovativ, international, enthusiastisch. Hahaha! Die Commerzbank in der tschechischen Republik offers Außenhandelsfinanzierungen, Cash Management, maßgeschneiderte Lesungen und Kapitalmarktprodukte. You can find us in Prague, Brünn, and wherever you need us. Commerzbank, die Bank an ihrer Seite. Banka povašembuku. The bank at your site. Bank na wasse stranje. I banki i rumbalien.